Gut, machen wir uns an die Arbeit. Hey Roman, hast du Schiss? Nein, doch, hast du. Kann mir mal jemand erklären, was wir hier überhaupt machen? Immer wenn man denkt, es kann nicht besser werden. Und los geht's. Ja, Mann. Oh, shit. Axi-Ion. Brian, jetzt du. Ich hol dich da raus. Du musst springen. Dominic Toretto. Sie kennen mich nicht. Aber das werden sie bald. Die Sünden von London sind uns wohl nach Hause gefolgt. Erinnerst du dich an Oun-Sean? Das ist ein großer, böser Bruder. Wir werden gejagt. Eine letzte Fahrt. Na, das ist doch ein Wort. Ja, die muss zur Arbeit. Diese Welt hier spielt nicht nach deinen Regeln. Ob es dir gefällt oder nicht, du und deine Freunde gehören jetzt dazu. Ich habe keine Freunde. Ich habe Familie. Ich habe dich, glaube ich. Ich habe dich. Ich habe dich, glaube ich. Du speck dich.